Hier gibt es jetzt noch ein paar Sachen und ein paar Hinweise zu den Tieren. Schweinchen, Weibchen und sowas alles. Okay, cool. Ja, und hier komme ich nicht raus. Das ist nicht so cool. Oh, jetzt Polizeichef. Bin ich ehrlich? Würde ich mir sowas nicht anschaffen. Aber hey. Muss er wissen. Gibt es denn hier noch irgendwie was? Ich glaube, wo gab es jetzt nichts weiter? Hier gibt es noch was. Nice. Lass mich raten, dazu brauche ich aber zwei Teile. Zwei Electronic Teile. Was ist das denn? Da ist ein Schlüssel drin. Lass mich mal wiederholen. Okay. Die Reparaturservice. Ja, die Teilesteile sind wo? Im Glockenturm des Lagerhauses. Im Uhrenturm. Na super. Im Uhrenturm. Ja, und dementsprechend komme ich da nämlich nicht ran. Das ist kacke. Was ist das jetzt? Wir sind eigentlich in der... Null. Wir sind in der Polizeistation wieder. Äh. Okay. Okay, wo geht es hier runter? Mein Isard. So, da ist jemand. Hallo. Habe ich hier eigentlich noch so ein Brettchen? Ja, habe ich. Zack. Ich werde mal benutzen. Okay. Cool. Also, dass ich jetzt hier eine Herzschüssel jetzt schon habe, finde ich eigentlich ganz nice. Bin ich, bin ich, bin ich ehrlich? Hier gibt es erstmal Munition. Das finde ich auch sehr nice. Das ist alles. Lol. Kommst du doch immer her? Okay, warte, 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 warte. Was? So, irgendwas nicht. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Scheißdreck. Scheiß Mistviech, ey. Ja. Bleib da, wo du bist. Boah, jetzt drehst du da deine Runden. Verdammt. Ey, ich dachte, ich kriege dich damit, Alter. So ein paar Headshots oder so. Aber nix. Null. Warte, warte, warte. Warte, warte. Bewege nur mal deinen Kopf. Dass du immer noch nicht runterfällst. Ey, ich schaff das. Ja, das denke ich mir auch gerade. Nein. Haben wir es jetzt? Meine Frau, Alter, du hast aber auch schon wieder. Du hast aber auch schon wieder eine Menge Munition gefressen, mein Freund. War wirklich eine Menge. So, jetzt können wir nämlich den Helikopter löschen. Mit dieser Pumpe. Weil wir haben jetzt ganz so umgeleitet, das ist da vorne raus, bro. Jetzt pumpen wir mal ein bisschen. Und siehe da, der Helikopter ist frei. So. Das ist eine gewisse Frage, finden wir, hier finden wir noch mal ein bisschen Munition. Sehr gut. Können wir jetzt erstmal hier kurz nochmal nachladen. Weil Munition ist mangelbare. So, dann machen wir schon mal die vier in die Hand. Wo bist du denn? Wo ist er hin? Scheißdrech. Fuck you. Alter. Was ist er denn für ein Stress-Stressmacher? Er stresst ja mal gar nicht. Gar nicht. Lass mich in Ruhe. Let it go. Let it go. Wir sind hier wieder zurück im Haus. So, Marv. Ist noch da, Marv. Oh, Marv lebt sogar. Ja, Marv. Marv. Alles cool, Marv. Okay, Marv. Marv sitzt da noch ganz, ganz gechillt. Untersuchen. Ja, genau. Ja. Mit dem Abzeichnis war doch ein Dongle. Und hier geht ein Stars-Büro. Warte mal, hier kann ich doch auch jetzt rein. Benutzen. So, und hier bin ich jetzt wo? Kombinieren, sehr gut. So, haben wir ja sonst nichts weiter, okay. Warten wir nach. Durch hier. Ah, nochmal so ein... So, 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 so ein Save. Jetzt aber. Keine Hülle. Das ist bei mir aber auch manchmal nicht so einfach. Bin ich ehrlich. So, damit haben wir die nächste Taste. Die nächste Taste für unsere, äh, ne? Ist das denn fucking ernst? Du weißt doch nicht, dass ich jetzt hier bin. Wie willst du nur jetzt darauf gekommen sein? What? Geht der mir jetzt auf den Sack die ganze Zeit, oder war das mit ihm verkehrt? Oder muss ich mich einfach nur leise bewegen? Also ist er, ist er, weiß er ja immer wo ich bin, oder ist er einfach nur Äh, ja ist er einfach jetzt nur da, weil er da ist Oder Wenn ich leise bin, weiß er nicht wo ich bin Das wäre natürlich auch geil, das wäre natürlich auch awesome Er ist einfach nicht leise bewegen Ja, so viel zu leise Nice So muss das sein So und nicht anders, Freunde Geh mal ganz leise Langsam und leise Zu dem Raum, wo wir die Taste einsetzen könnten Und zwar hier rein Und zwar super leise Was? Damit er nicht mitbekommt, dass wir hier sind Versteht er? Versteht er? So, jetzt kann man nämlich sagen 2, 0, 3 So Äh, enter Und 1, 0, 3 Ja, haben wir Und 1, 0, 3 Back, back 0, 3 Enter Wer Stevie's Let's Play verfolgt hat Weiß Dass er diese Kombination Nicht genutzt hat Und übrigens auch Ich weiß Wenn Stevie jetzt hier Zuschauen sollte Stevie erstmal, hallo Und ja Ich weiß Das triggert dich hart Dass mein Ich räume das nicht auf Also Kannste Kannste vergessen Da Sehe ich mich gar nicht So aufräumtechnisch Was ist er da? Ist er bei mir in der Verhältnis Mal ganz kurz gucken Was Oh Gott, nein Marv macht Aber Marv Also 1, 1 Sag ich euch, Freunde Ich werde Marv nicht töten Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Der Wichser Er wusste ganz genau Was ich mache Die dumme Sau Ich bin weg Scheiße Ich brauche meine Ruhe Lass mich doch nur hoch Also eine Rotze Der ist auch verdammt schnell Also für seine Verhältnisse Ich bin weg Schnell weg hier, schnell weg hier. Schnell wieder zurück zu dem andern Dude. Meine Güte! Das war jetzt aber... Geh weg. Ich baller hier alles aus, ist mir scheißegal. Okay, Reparaturplan. Okay, äh... Shit. Wir bräuchten jetzt hier Stuff. Nein, den Stuff, den hätte ich ja gerade holen können. No. Ist er wieder hinter mir? Er ist nicht hinter mir, oder? Er ist nicht hinter mir. So, jetzt gehen wir mal hier an dem vorbei. Yeet! Ich auch nicht! Okay. Ganz schnell dahin, zum Uhrenwerk und die Uhr machen. So, du musst... Ne, du bist zu klein. Äh... Du fieses Ding musst dahin, richtig? Richtig! Benutzen. Okay, ne, du musst nicht dahin. Worum musst du denn hin? Ey, das ist doch hier viel zu groß für. Oder? Ne, ist es nicht. Was ist das denn jetzt? Jetzt kommt hier ne Leiter runter. Ah! Da geht's hoch zur Leiter. Oh Gott! Da ist hier alle Stress. Kleines Zahnrad. Okay. Da hab ich ein kleines Zahnrad. Ah, pass auf. Das kleine muss da unten rein. Das große muss ich wieder rausnehmen. Ich muss das große hier oben einsetzen. Kann das sein? Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ich glaub, das kleine muss hier rein. Genau. Das große muss ich jetzt von da vorne wieder rausnehmen, um das denn oben einzusetzen. Weil die Leiter ist ja jetzt unten. Genau. Und der Zustand bleibt der B stehen. Irgendwas passieren. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas wird dann passieren. Schauen wir mal. Was passiert jetzt? Ah, das, äh, Ding bewegt sich. Okay, cool. Cool, 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 cool. Heißt das jetzt im Umkehrschluss was? Ah, die Uhr funktioniert, ja. Und erfolgen die Glocken. Ist auch gar nicht aufgelistet. Alles nur für so'n Mini-Teil. Ist okay. Kann man. Hat geklappt. Ja, okay. Kann man machen. Hätte man sich das nicht eventuell auch einfacher machen können, indem man versucht, das leise rauszuhebeln? Ohne Idee. So, dann lass uns das mal gleich uns... Ne, kombinieren nicht. Äh, untersuchen. So. Öffnen wir das nämlich gleich. Dann haben wir nämlich gleich noch das zweite Elektronikteil. So, damit haben wir jetzt zwei Elektronikteile. Den einen Schlüssel können wir wieder abgeben. Wir haben einen Heiltrot, was wir jetzt direkt benutzen werden. Gut. Wir wollen zu dem Türschaltschrank. Und da werden wir jetzt erstmal hinlaufen, damit wir die Elektronikteile einsetzen können. War doch hier, oder? Ja, war hier. Sehr gut. So, dann können wir nämlich die Teile hier soweit benutzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und, äh, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das muss so lang, das muss so lang. Das muss so lang. So wird ein Schuh draus. Sehr nice. Was gibt's hier? Ein Telefon. Wer möchte uns da anrufen? Hallo, hallo, hallo? Jemand da auf der anderen Seite? Ja, du nimm doch ab. Wo war das noch nicht so lange? Eine Phrase, Alter. Hallo? Hallo? Wir sind nicht wieder zu sehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ist das die Polizeichef? Wenn ja, ja, wir haben noch eine Rechnung offen, wir beide.